Ja, zum Personal. Eigentlich fehlt nur Steffen Baumgart, kann man sagen. Ansonsten sind alle Spieler im Training. Wir hatten heute 24 Feldspieler im Training. Vier Torleute, also sind alle da. Elias Kiri ist gesund zurückgekehrt von der Nationalmannschaft. Hat ein bisschen noch Erkältungssymptome, aber hat trainiert, ist dementsprechend auch einsatzfähig. Und von daher können wir, wie gesagt, aus dem Vollen schöpfen. Also ich werde keine Schiebermütze aufsetzen, soviel steht fest. Ich werde auch nicht im T-Shirt da stehen. Also das ist auch Quatsch. Also Steffen ist Steffen und das macht er super. Und ich bin ich und ich werde meine Ansprache so halten, wie ich sie immer halten würde, wenn ich Cheftrainer wäre oder auch gewesen bin. Das wird sicherlich sehr, sehr sachlich sein in der Analyse. Und ich kann nicht Steffen kopieren und das will ich auch gar nicht und das macht man auch nicht. Und nee, also was Besonderes einverlassen, glaube ich nicht. Du bist diese Situation ja schon gewohnt. Es ist nicht das erste Mal, dass du einspringen musst. Aber inwieweit? Ändert sich da für dich trotzdem was unter der Woche, in den Abläufen, beim Training, mit den Jungs? Oder würdest du sagen, alles ist eigentlich genauso wie immer? Ja, zum ersten Mal ist es erste Liga, nicht mehr zweite Liga. Das ist schon mal ein Unterschied. Naja, ansonsten ändert sich eigentlich nichts. Also wir haben unsere ganz klare Aufgabenteilung auch im Trainerteam und jetzt hat man vielleicht ein bisschen mal mehr hier oder da die Beobachterrolle und hat ein bisschen mehr alles im Blick als vielleicht jetzt seine Gruppe, seine Übung. Aber das habe ich sonst auch getan und von daher ist eigentlich nicht sonderlich neu und nicht viel Neues. Und die Jungs kennen die Abläufe. Wir haben jetzt nichts Neues irgendwie einstudiert in der Woche, machen wir auch nicht. Das ist eigentlich alles klar und von daher, nein, eigentlich nicht viel Neues. Ja, was macht Freiburg gefährlich? Vieles. Also sie sind sehr kompakt. Sie haben mit 23 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga. Also das ist schon nicht so einfach, da durchzukommen. Also das wissen wir auch. Freiburg ist eine sehr kompakte Mannschaft. Die haben eine unheimlich gute Struktur. Die haben unheimlich gute Abläufe. Viele Wechsel auch innerhalb des Spiels, auf die man sich dann immer wieder einstellen muss, wenn das Spiel läuft. Teilweise mit einer Dreierkette aufbauen, teilweise mit einer Viererkette aufbauen. Hohe Außenverteidiger und so weiter. Viele Spieler, die torgefährlich sind, haben jetzt vielleicht nicht den einen Torjäger, aber viele Spieler, die Tore machen können, das macht sie so ein bisschen unberechenbar. Und ja, vor allen Dingen auch die Kompaktheit und die Struktur und auch die Zielstrebigkeit nach vorne ist für uns dann nicht so einfach. Ja, das ist dann auch, das macht das Ganze schwierig, aber nicht unlösbar. Und das ist das, was wir in der Woche machen. Wir bleiben natürlich in unseren Abläufen, aber wir schauen natürlich auch, was Freiburg bisher gemacht hat, gerade in den letzten Spielen. Und das werden wir umsetzen im Training und da werden wir unsere Chance suchen und wir sind uns sicher, dass wir unsere Möglichkeiten kriegen werden nach vorne. Aber klar ist für uns, es ist unheimlich viel Arbeit gegen den Ball erst mal gefragt. Wir müssen da sehr aktiv sein, wir müssen sehr viel laufen, wir müssen aggressiv sein, intensive Laufwege haben, tiefe Laufwege anbieten, sodass wir auch Freiburg immer wieder in Schwierigkeiten bringen können. Und das kann man nach Ball gewinnen und das wollen wir machen und das trainieren wir auch die Woche. Und das kann man nachvollziehen.